Wie ist der Film von Dominik Graf? Ich versuche ein Genre zu meistern, das war in seinem Fall der Polizeifilm. Bei Die Sieger kommt etwas anderes dazu, was mich ganz besonders fasziniert, dass er nicht nur die glamouröse Seite eines SEK-Zuges im Einsatz zeigen wollte und die Tiefen und Höhen dieser Einsatzkräfte, sondern er hat auch die Abgründe des Verrats impliziert in diese Geschichte und auch die Spießigkeit der Beamten, die uns da als Helden erscheinen und sich ständig aus Hubschraubern abseilen und durchs Feuer gehen. Das sind also durchaus Rheinhausmenschen, die könnten im Grunde genommen auch Oberstudienrat irgendwo sein, hätten sie nicht diese Heldenqualitäten des Zusammenhalts und des Einsatzes. Genau wie im Bergbau ist die SEK eigentlich ein Faszinosum, weil in einen SEK-Zug kann ein junger Polizeibeamter nur dann hereinkommen, wenn die anderen ihn reinwählen. So abhängig sind die Schicksale der einzelnen Polizisten zueinander. Dominik hat wie immer diesen Film unter großen Risiken gedreht, unter großem Budgetdruck. Ich habe ihn zufällig kennengelernt an dem Tag, wo ihm gerade anderthalb Millionen aus dem Budget gestrichen wurden und das war nicht sein bester Tag. Was ich aber ganz faszinierend finde, ist, dass unter all diesem Druck, in all diesen Krisen immer etwas dabei rauskommt, was wie ein Riss in der Wand ist, wo man genauer hinschauen muss, um zu erkennen, was ist die Geschichte hinter der Geschichte und das ist bei den Siegern ganz besonders schön. Ich wünsche Ihnen viel Spannung und gute Unterhaltung bei den Siegern von Dominik Graf. Vielen Dank.